Und dann kam eines Tages irgendwann ein Facebook-Post von dem Tierheim Stralsund, wo wir ja jetzt auch die Malia hergeholt haben. Und den haben mir dann irgendwie Leute dutzendfach zugeschickt. Und dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen, habe mich ganz normal förmlich für den Hund in Anführungszeichen beworben. Und dann habe ich vergessen, die Mail zu beantworten, die ich noch beantworten musste. Und zum Glück hat mich die Tierheimleiterin daran erinnert, das zu tun. Ansonsten hätte das jetzt alles nie nicht funktioniert. Ja, und dann haben wir den Termin vereinbart, wir sind hochgefahren, haben uns das Ganze angeschaut. Und der Rest ist Geschichte. Vielleicht gehe ich dann nochmal in dem nächsten Video genauer drauf ein, was dann da vor Ort passiert ist.